Suchen Eine Suchfunktion, die drei Kriterien erfüllt. 1. Einfach zu bedienen 2. Blitzschnell 3. Immer und überall zur Verfügung Voila! In Windows 7 gehört sie zur Bordausrüstung. Mit der Windows-Taste öffnen Sie das Startmenü und tippen den Suchbegriff in das Suchfeld. Ob Dateiname, eine Textpassage aus einem Dokument oder ein Programm, das Sie jetzt starten wollen. Windows sucht schon während Sie noch tippen und liefert das Ergebnis einen Wimpernschlag nach dem letzten Buchstaben. In jedem Explorer-Fenster können Sie hier eine Suche im aktuellen Ordner starten. Gefundene Wörter werden gelb markiert. Die Windows-Suche kommt nicht nur mit einfachen Suchbegriffen, sondern auch mit einer komplexen Abfragesprache klar. Dazu mehr in einem anderen Film. Am beeindruckenden Tempo der Suche ist ein Index schuld, ein gigantisches Stichwortverzeichnis, das Windows automatisch erstellt und laufend aktualisiert. Ein kleines Experiment. Nehmen wir an, Sie möchten einen Blick in die aktuellen Indizierungseinstellungen werfen, wissen aber nicht, wie Sie dort hingelangen. Klicken Sie auf Start. Wie Sie sehen, blinkt die Schreibmarke erwartungsvoll. Tippen Sie den Suchbegriff Buchstabe für Buchstabe ein. Windows listet während Ihrer Eingabe alles auf, was zu der jeweils vorhandenen Buchstabenfolge passt. Ist das gewünschte blau hinterlegt, drücken Sie die Enter-Taste. Ansonsten greifen Sie zur Maus und klicken auf den entsprechenden Listeneintrag. Bei Bedarf können Sie über die Systemsteuerung Einfluss auf den Index nehmen und festlegen, wo und wonach Windows suchen soll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 lesen Sie die nächsten Mal um Drehung von Barschek! Da geht es um den Index. Ich würde um den Index sehen, den衣ig die erste Ratschern bei der Erinnerung gewinnen.